Hier man furiert sich. Heute ist das Luxushotel der Insel. Es gehört zu einer Top 10, 10 beste Hotels der Welt. Und die Liste von Persönlichkeiten, die dort schon gewohnt haben, ist ja mal endlos lang. Und die Liste von Persönlichkeiten, die in der Welt, die in der Welt, die in der Welt, die in der Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017